Hallo und herzlich willkommen an alle auf der anderen Seite des Bildschirms. Mein Name ist Susanne und in diesem letzten Video des Lernzyklus zeigst du mir, dass du ein wahrer Meister im Gleichungen aufstellen bist und Zahlenrätsel lösen kannst. Hast du alle Materialien? Dann lass uns gleich mit einer kleinen Wiederholung beginnen. Um deine Gehirnzellen ein wenig aufzuwärmen, habe ich gleich eine Aufgabe für dich. Ordne jeder Gleichung den passenden Text zu. Hast du es auch so gelöst? Dann lass uns durchstarten. Hier siehst du ein Zahlenrätsel, das dir die Lieblingszahl von Edwin verraten kann. Lass uns zuerst einmal die Aufgabe durchlesen. Edwin hat seine Lieblingszahl mit 3 multipliziert. Das Ergebnis wird um 42 erhöht, anschließend wird das Ergebnis durch 6 geteilt und um 2 erniedrigt. Nun hat er die Zahl 7. Was ist Edwins Lieblingszahl? Errätst du seine Lieblingszahl? Probiere das Beispiel erst einmal alleine. Na, weißt du schon, was die Lieblingszahl von Edwin ist? Lass uns das Rätsel gemeinsam lösen. Nachdem du hier eine Lieblingszahl herausfinden sollst, sollten wir diese Zahl als Variable definieren. Hier wähle ich E für Edwins Lieblingszahl. Als nächstes sollte man Schritt für Schritt alle Rechenoperationen durchgehen. Ich werde jetzt immer den nächsten Schritt hervorheben. Drücke immer auf Pause und überlege zuerst selbst, wie man die Rechenoperation mathematisch anschreiben kann. Der erste Schritt ist, die Lieblingszahl mit 3 zu multiplizieren. Das kannst du als E mal 3 anschreiben. Oder 3E. Als nächstes steht, das Ergebnis wird um 42 erhöht. Etwas wird um 42 erhöht, bedeutet ja, man muss plus 42 rechnen. Aber was ist das Ergebnis? Welches Ergebnis denn? Hier muss man echt auf Zack sein. Das Ergebnis ist nämlich schon alles, was wir davor gemacht haben. Also E mal 3. Nun wird das Ergebnis durch 6 geteilt. Das können wir schon aufschreiben. Aber auch hier müssen wir aufpassen, was jetzt mit dem Ergebnis gemeint ist. Na, weißt du es? Richtig, nämlich alles, was wir bis zum zweiten Schritt gemacht haben. Vorsicht! Hier müssen wir eine Klammer verwenden, da sonst die Punkt-vor-Strich-Regel verletzt werden würde. Nun wird das Ergebnis um 2 erniedrigt. Na, was könnte erniedrigen bedeuten? Sehr gut. Erniedrigen verwendet man für die Subtraktion. Also schreiben wir noch minus 2 dazu. Und das Ergebnis ist jetzt was alles? Wieder alles, was wir bis zum letzten Schritt hatten. Und im letzten Schritt steht noch, nun hatte die Zahl 7. Also sollte am Ende der ganzen Rechnerei wohl 7 herauskommen. Und wie schreiben wir das an? Sehr gut. Mit einem Ist-Gleich-Zeichen. Also steht auf der rechten Seite der Gleichung 7. Und was steht auf der linken Seite? Wieder alles, was wir bis zum letzten, also vierten Schritt, hatten. Wenn wir jetzt die Gleichung nach E lösen, sollten wir Edwins Lieblingszahl erhalten. Oh, richtig, meine Lieblingszahl ist 4. Edwin konnte wohl nicht mehr warten und hat uns seine Lieblingszahl schon verraten. 4 ist Edwins Lieblingszahl. Falls du die Gleichung selbst lösen möchtest, aber dir nicht sicher bist wie, schau doch einmal in dieses Video von meinem Kollegen. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Mach aber hier noch die Probe und überprüfe, ob die Gleichung, die wir aufgestellt haben, auch wirklich richtig ist. Ein letztes Zahlenrätsel habe ich noch für dich. Bei einer zweistelligen Zahl ist die 10er-Ziffer halb so groß wie die 1er-Ziffer. Wenn man die 10er mit der 1er-Ziffer vertauscht, so wird die Zahl um 27 größer. Wie lautet die ursprüngliche Zahl? Probiere die Aufgabe erst einmal alleine. Die beiden Ziffern der zweistelligen Zahl sind unsere beiden Unbekannten. Die 1er-Ziffer werden wir mit E bezeichnen und die 10er-Ziffer mit Z. Weißt du, wie man eine zweistellige Zahl mit ihren Ziffern darstellen kann? Hast du auch so etwas wie ich hier hingeschrieben? Probieren wir es vielleicht einfach mit zwei Ziffern aus. Nehmen wir für die 1er-Ziffer 3 und für die 10er-Ziffer 2. Setze die beiden Ziffern einmal in unsere Formel ein. Hast du es so gemacht wie ich? Die Zahl mit der 1er-Ziffer 3 und der 10er-Ziffer 2 ist 23. Gut, aber was sind nun die beiden Ziffern für die zweistellige Zahl in der Aufgabe? Schauen wir uns dafür an, was alles im Text gegeben ist. Welche Information haben wir jetzt noch? Wir wissen, dass die 10er-Ziffer halb so groß ist wie die 1er-Ziffer. Wie immer bei so einem Satz fragen wir uns zuerst, was größer ist. Weißt du es? Also die 10er-Ziffer Z ist kleiner als die 1er-Ziffer E. Und wie kann man den Zusammenhang mathematisch anschreiben? Richtig, mit Z kleiner E. Was musst du hier verändern, um eine Gleichung zu erhalten? Um ein Gleichzeichen setzen zu dürfen, müssen wir Z also größer machen. Und zwar, indem man Z verdoppelt. Wir schreiben also, Z mal 2 ist gleich E. Wenn man die 10er mit der 1er-Ziffer vertauscht, so wird die Zahl um 27 größer. Was bedeutet das? Die beiden Ziffern E und Z müssen vertauscht werden. Wir erhalten also nun eine neue Zahl, die wir so anschreiben können. E mal 10 plus Z ist die neue Zahl. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der zweite Teil des Satzes lautet, so wird die Zahl, also die neue Zahl, um 27 größer als die ursprüngliche Zahl. Wie können wir das mathematisch anschreiben? Drücke auf Pause und versuche es allein. Also wir wissen, dass diese neue Zahl mit den vertauschten Ziffern größer ist, als die ursprüngliche Zahl. Genauer wissen wir, dass sie um 27 größer ist. Wo müssen wir 27 dazugeben, dass die beiden Zahlen gleich groß werden? Richtig, bei der ursprünglichen Zahl. Und schon dürfen wir unser Ist-Gleich-Zeichen schreiben. Fügen wir unsere Informationen wieder zusammen, um unsere Gleichungen zu erhalten. Dafür setzen wir die Formeln für die neue Zahl und die ursprüngliche Zahl ein. Nun müssen wir nur noch die Informationen vom Anfang in unsere Gleichung einarbeiten, also Z mal 2 ist gleich E. Also ersetzen wir überall die unbekannte E mit Z mal 2. So erhalten wir eine Gleichung, die nur mehr die unbekannte Z enthält. Wenn wir jetzt die Gleichung Schritt für Schritt lösen, sollten wir die gesuchte Zehnerziffer bekommen. Zuerst können wir die Multiplikation 2 mal 10 durchführen. Als nächstes können wir alle Terme mit Z auf den Seiten zusammenzählen. Fangen wir mit der linken Seite an. Hier erhalten wir Z mal 21. Und auf der rechten Seite? Hier haben wir Z mal 12 plus 27 dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wenn wir nun auf beiden Seiten Z mal 12 abziehen, erhalten wir Z mal 9 ist gleich 27. Und im letzten Schritt muss man noch durch 9 dividieren. Mit der Lösung Z ist gleich 3 können wir auch die Einerziffer bestimmen. Denn Z mal 2 ist E, also muss E gleich 6 sein. Somit erhalten wir für die ursprüngliche Zahl 36 und für die neue Zahl 63. Wie können wir überprüfen, ob diese Zahlen auch wirklich stimmen? Die Probe können wir mit der Gleichung neue Zahl ist gleich ursprüngliche Zahl plus 27 machen. Und wirklich, 63 ergibt sich, wenn man 36 plus 27 rechnet. Dann fehlt nur noch ein Antwortsatz. Meiner lautet so, die gesuchte zweistellige Zahl lautet 36. Das hast du großartig gemacht. Sehr gut. Und damit bist du auch schon am Ende des Videos. Das hast du sehr gut gemacht. Du hast den ganzen Lernzyklus zum Thema Gleichungen aus Textaufgaben aufstellen gemeistert. Gratulation!